Hallo, hier bin ich wieder. Ich möchte heute im Kolosserbrief weitermachen, in der Auslegung des Kolosserbriefs, heute mit unter, ich glaube, Reihe oder Folge 11 ist es jetzt schon. Der Titel des Themas oder das Thema für heute lautet, legt das alles ab. Das hoffe ich jetzt natürlich auch erstmal für meine Aufgeregtheit, weil es ist eine komplett neue Situation hier zu stehen, vor leeren Stühlen, weitgehend leeren Stühlen, ein paar einzelne Stühle sind hier drin. Aber mal schauen. Ja, ich war damals schon spät dran und musste dringend zu einem Termin. Also habe ich mich ins Auto reingesetzt, bin losgefahren und nach kurzer Zeit merke ich, oh nein, der Tank ist leer. Wieder mal typisch. Also schnell zur nächsten Tankstelle noch nach Dagersheim, Tankdeckel auf, Tankrüssel rein und nach ewigen 90 Sekunden packt mich plötzlich das Entsetzen. Nein, ich habe Benzin getankt statt Diesel. Man muss wissen, das ist der erste Diesel gewesen, aber sowas kann alter auch nur mir passieren. Also den Termin jedenfalls konnte ich komplett vergessen. Also die nächste gelegene Werkstatt angerufen, das war die Niederlassung. Auf der Hulp, Fahrzeug wurde abgeschleppt, Benzin wurde abgesaugt, Diesel wurde betankt und weiter ging es. Auch der Apostel Paulus verordnet uns in unserem heutigen Text aus dem Kolosserbrief einen Treibstoffwechsel. Wer eine Bibel jetzt gerade hier vorliegen hat, der schlagt einmal auf. Kolosser 3, die Verse 8 bis 11. Da heißt es, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Skite, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Ja, der Apostel Paulus hatte die an Christusgläubigen schon in den Versen zuvor aufgefordert, die sündhaften Begierden zu töten und um bei dem Bild von heute zu bleiben, diesen alten Kraftstoff zu entfernen. Und da ging es um Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Und über diese Dinge sprach Paulus eine Warnung aus, nämlich an jene, welche in diesen Dingen leben, die das also kontinuierlich machen. Paulus nennt sie Söhne des Ungehorsams. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So hieß es in Vers 6. Und Söhne des Ungehorsams, das waren wir alle einmal. Aber nicht nur das, wir waren tot in Sünden, unfähig Gott zu suchen, noch will ich ihm irgendwie zu gefallen. Jetzt aber, als Söhne des Gehorsams können wir zwar immer noch fallen, aber wir werden nicht mehr von diesen Dingen bestimmt. Wir leben nicht mehr in diesen Dingen. Paulus fordert uns darum auf, auch diese Dinge abzulegen, ja, diesen alten Kraftstoff zu entfernen. Angenommen, ich hätte jetzt den Motor mit dem falschen Kraftstoff gestartet, das hatte ich damals nicht gemacht, so wäre es jetzt nicht damit getan gewesen, dass wir nur den alten Kraftstoff aus dem Tank entfernen. Nein, wir müssten auch die scheinbar kleinen Mengen, die kleinen Mengen aus dem Einspritzsystem, aus der Hochdruckpumpe, aus den Injektoren und aus den Kraftstoffleitungen entfernen, sogenannte kleine Mengen, Kleinigkeiten, welche wir vielleicht nicht so als wichtig achten und trotzdem mit einem großen Schaden enden können. Deshalb sagt uns der Apostel Paulus ja das auch in Vers 8. Und so komme ich zu meinem ersten Punkt, was der Christ ablegen soll. Nämlich, jetzt aber legt auch das alles ab, ihr auch das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund oder schändliches Reden, je nach Übersetzung. Und mit dem jetzt aber, so beginnt nämlich der Vers, meint Paulus nicht, dass wir nur die sündigen Begierden aus dem Vers 5, also Unzucht, Unreinheit und das Ganze ablegen sollen. Nein, Paulus will auch, dass wir jetzt diese Dinge ablegen. Auch wenn uns diese Dinge vielleicht nicht so schlimm oder erscheinen wie die zuvor genannten Begierden. Wer ist nicht schon mal zornig oder wütend? Das ist doch jeder einmal. Und so eine kleine Lästerung und so einen kleinen Seitenhieb über den Kollegen oder den Nachbarn oder vielleicht sogar der Bruder oder der Schwester, das ist ja nicht so schlimm, das machen doch die anderen auch, oder? Es ist jetzt vorgestern 118 Jahre her, es war der 8. Mai 1902, als der Vulkan Montpellier auf der Insel Martinique den Bewohnern der Stadt St. Pierre ja einfach Sorgen zu machen beging. Und unglücklicherweise war es ja jetzt auch gerade noch so, dass zu diesem Zeitpunkt Wahlen stattfinden sollten. Und der Gouverneur dieser Insel, Martinique, fürchtete, dass die Kandidaten seiner Partei bei den anstehenden Wahlen unter der beträchtlichen Aufmerksamkeit leiden könnten, die der Vulkan von der Bevölkerung bekam. Also machte er sich dran, er sagte dem Herausgeber einer lokalen Zeitung, Verharmlose, die Verharmlose das mit dem Vulkan, es ist alles in Ordnung. Und des Weiteren hielt er sogar Menschen davon ab, Telegramme zu senden, die vor diesem Vulkanausbruch warnten. Ja, und er reiste sogar wenige Tage zuvor, bevor diese Wahl stattfand, reiste er selbst noch an nach St. Pierre, nur damit die Menschen dort den Eindruck bekennen, es ist alles in Ordnung, ihr könnt euch komplett sicher fühlen. Man ahnt es schon, es kam so, wie es kommen musste. Am Tag nach der Ankunft des Gouverneurs, es war 7.59 Uhr, die Kirchenglocken läuteten noch zum Himmelfahrtsgottesdienst, die Leute strömten in die Kirchen, als plötzlich ein ohrenbetäubendes Krachen, ein Überlebender berichtet, es hat sich ausgehört wie tausend Kanonenschläge. Also dieser Krach plötzlich diese Kirchenglocken übertönte. Und was folgte, war eine gigantische, sogenannte pyroklastische Wolke aus über 700 Grad, heißer Asche, Gestein und Gas, die aus dem 10 Kilometer entfernten Vulkan auf die Stadt St. Pierre zuraste. Mit einer Geschwindigkeit, man muss sich überlegen, von 450 Metern, also das sind circa 20 Sekunden gewesen, dann hat der Vulkan praktisch diese Asche, diese Wolke, die Stadt erreicht. Und die Geschichte endete damit, dass die ganze Stadt, der Gouverneur und 30.000 Menschen binnen Sekunden ausgelöscht worden ist. Es gab damals nur drei schwerverletzte Überlebende. Welch eine gefährliche Verharmlosung mit so einem verhängnisvollen Ausgang. Aber Satan, die Welt und unser eigenes Fleisch, die spielen doch die Ernsthaftigkeit der Sünde in der gleichen Art und Weise herunter, wie der Gouverneur versuchte, die Ernsthaftigkeit des Vulkans herunterzuspielen. Darum, lasst uns nicht in diesem Selbstbetrug bleiben. Vor Gott sind auch diese sogenannten Kleinigkeiten Sünde. Und zwar Sünde, für die, für die der Sohn Gottes die ganze Macht der Strafe bezahlen musste. Und darum muss doch Sünde unser Feind sein, weil sie uns zerstören will, weil Sünde uns lahmlegen will, weil Sünde uns aus der Gemeinschaft mit Gott entfernen will. Und Paulus nennt uns diese Dinge nochmal, ich wiederhole sie nochmal, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Und auch diese Ermahnung, wie in Vers 5, Verunzucht und so weiter, die richtet sich jetzt nicht irgendwo an Menschen, wo nicht an Gott glauben, sondern an die Gläubigen, an die mit Christus Gestorbenen und mit Christus Auferstandenen. Und darum zeigt uns das, dass die alte Natur im Kind Gottes eben noch nicht ausgerottet ist. Der Gläubige, der weiß ja auf der einen Seite, der alte Mensch, der ist mit Christus gestorben. Römer 6, Vers 6. Und er weiß auch, weil er in Christus ist, von Gott jetzt nicht mehr als im Fleisch gesehen wird. Andererseits weiß er aber auch, dass die alte Natur immer noch in ihm vorhanden ist. Und er findet dies ja täglich bestätigt. So heißt es nämlich in Galater 5, Vers 17, Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Wenn du Jesus liebst und ihm nachfolgst, so wirst du zugeben müssen, dass in deinem Fleisch nichts Gutes wohnt. So sehen wir in Vers 5 und in Vers 8 zwei Kategorien von Sünden. In Vers 5 richten sich diese Sünden nämlich an sich selbst und sind Sünden des Fleisches. Und die Dinge in Vers 8, die richten sich jetzt, um die es heute geht, richten sich an den Nächsten und sind Sünden der Lieblosigkeit. Wenn wir diese Dinge tun, tun wir genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt, Liebe deinen Nächsten. Aber beide Sünden, also die in Vers 5 und Vers 8, und übrigens ist das nur ein Auszug von dem ganzen Katalog, also das ist kein vollständiger Katalog, Sündenkatalog, sondern es gibt natürlich noch viel mehr, aber die sind halt jetzt hier in dieser Stelle, also werden die uns aufgezeigt. Jedenfalls alle haben eines gemeinsam, sie können plötzlich und ohne Vorwarnung über uns kommen. Ja, es sind unkontrollierte Ausbrüche der alten Natur, die doch eigentlich, eigentlich in einem Leben eines Christen keinen Platz mehr haben sollten. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis, so heißt das in 1. Thessaloniker 5, Vers 5. Und trotzdem, und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, haben wir alle, je nach Veranlagung, damit mehr oder weniger zu tun. Wir alle kennen doch was, Zorn oder Wut ist. Zorn und Wut kann zum Beispiel entstehen, wenn du von irgendjemandem respektlos behandelt wirst. Zorn und Wut kann auch zum Beispiel entstehen, wenn du dich in deiner Persönlichkeit angegriffen fühlst, wenn andere deine Gutmüdigkeit gnadenlos immer wieder ausnutzen oder wenn du maßlos von irgendjemandem enttäuscht wirst oder wenn jemand dein Selbstwertgefühl verlässt oder wenn du dich von irgendjemandem ungerecht behandelt fühlst. Und es gibt bestimmt noch viel mehr Gründe, warum er zornig und wütend werden kann. Kennst du das? Dann nimmt dir jemand die Vorfahrt und meint dann auch noch, er habe das Recht, hupt wie wild und durch die Autoscheibe zeigt er dir dann, was er eigentlich dir sagen wollte. Oder vor kurzem erlebt, du stehst an der Kasse des Supermarkts und hältst den vorgeschriebenen Corona-Abstand von 1,5 bis 2 Metern und jemand meint, was geht mich der Abstand an und drängelt sich einfach an die Kasse vor. In dem Augenblick, wo dann aus einem vielleicht berechtigten Ärger, und der ist ja oftmals dann auch berechtigt, aber durch weiteres Nachdenken Zorn und Wut entsteht, dann wird es dir zu Sünde. Und jeder Mensch, welcher geboren wird, kommt ja als Sünder in die Welt und da ist die Bibel ja eindeutig. Und wir brauchen auch keinem kleinen Kind, brauchen wir nicht erst erklären, was Zorn und Wut und Bosheit ist, oder? Nein, das beherrscht es doch von Anfang an perfekt, wenn es etwas will und es dann nicht bekommt. Das sehen wir zum Beispiel, wenn der größere Bruder, dem kleineren Bruder, sein mühsam erbautes Lego-Werk zerstört. Oder wenn er ihm sein Lieblingskuscheltier wegnimmt. Was ist da nicht so oft für ein Geschrei und für ein Theater da? Nun, manche möchte sich jetzt vielleicht entschuldigen mit seinem heftigen Temperament. Ja, ich habe einfach ein heftiges Temperament. Oder auch mit seinen angegriffenen Nerven, die sind gerade so angegriffen durch die Umstände und so weiter. Aber nicht die unausstehlichen Menschen und die Verhältnisse sind schuld. Sie machen nicht böse, sondern lassen nur das Böse, das in uns ist, offenbar werden. Als weiteres zählt uns Paulus Bosheit auf. Und zur Bosheit gehören Trotz und Unversöhnlichkeit, Neid, Widerspruchsgeist, alles versteckte Übelwollen. Und die Bosheit, die will doch jemand anderem zu fühlen geben, will einem eins klar machen, dass man etwas gegen ihn hat. Dann setzt man eine finstere Mine auf und zeigt ein beleidigtes Gesicht. Das Problem ist, aus dieser Bosheit kommen dann auch oft Schimpfreden und irgendeine möglichen hässlichen Worte. Weiter wird uns noch genannt Lästerung. Und unter Lästerung verstehen wir Schmähungen, das heißt ungezügelte Beschimpfungen, welche wir anderen Menschen einfach entgegenbringen, unserem Nächsten. Es wird noch genannt schändliche Reden. Und schändliche Reden bedeutet, hier ist in diesem Kontext einfach eine schmutzige Sprache und beschreibt alles, was unanständig, was lüstern und verdorben ist. All diese Dinge, welche Paulus hier nennt, haben ihren Ursprung in der Ursünde, nämlich in dem Abfall von dem lebendigen Gott. Hast du manchmal ein Problem mit Ärger, mit Zorn, mit Wut? Bist du niederträchtig? Und gibt es manchmal böses Blut gegen andere Personen? Oder hast du ein Problem mit fehlender Bereitschaft zur Vergebung? Hast du eine Neigung zum Klatsch oder zum Tratsch? Beleidigst du gelegentlich andere mit deinen Worten? Und wenn wir ehrlich sind, so neigen wir doch alle zu solchen Dingen. Aber die Bibel nennt das Sünde. Wie aber können wir praktisch dagegen vorgehen, wenn diese Dinge ohne Vorwarnung über uns, plötzlich über uns kommen? Es war letztes Jahr, da bestellte ich einen Heizungsbauer ein, der unsere Heizung warten sollte. Und nachdem die Arbeit getan war, stellte ich ihm eine Frage über, eine technische Frage über den Heizungskreislauf. Also es war eine ganz normale Frage. Und die Antwort war, Sie haben ja auch keine Ahnung und von dem recht viel. Vielleicht sollte ich das mal Ihrer Frau erklären. Leute, ich sag euch, das saß. Das saß. Ich war sprachlos, sprachlos angesichts dieser Unverschämtheit. Und der Mann, der ging und sofort fing sich in meinen Gedanken, berechtigter Ärger natürlich, breit zu machen. Aber dann kam Zorn und Wut noch dazu. Und ist es natürlich, ist es so, wir müssen uns als Christen natürlich nicht alles gefallen lassen. Und ich habe dem Dienstleister auch gekündigt nachher. Aber, das Problem ist doch einfach das, wenn wir hier nicht richtig reagieren, wenn wir hier nicht richtig ansetzen, dass sich dann so viel Hass, Feindschaft, Bitterkeit gegen andere Personen im Herzen aufbaut, dass wir es vielleicht sogar schwierig finden, überhaupt noch irgendwas anderes zu denken. Es verfolgt uns die ganze Zeit. Und so ist der richtige Zeitpunkt gegen Zorn, Wut und Bosheit vorzugehen, nicht nachdem wir uns jetzt ein paar Stunden nachgedacht haben und wir in unseren Gedanken zigmal ausgemalt haben, eine Angriffsrede, wie wir es der Person, welche uns so erniedrigt oder beleidigt hat, jetzt rhetorisch auseinandernehmen würden. Nein, der richtige Zeitpunkt, um gegen Bitterkeit oder Groll anzugehen, ist dann, wenn wir es in uns aufkommen fühlen. In dem Moment nämlich, wenn wir uns verletzt oder verärgert fühlen, sollen wir uns zu Gott wenden und zum Beispiel sagen, Herr Jesus, ich beginne, schlechte Gedanken über diese Person zu haben und die lassen mich einfach nicht mehr los. Bitte hilf mir doch, diese Gedanken unter Kontrolle zu bekommen und sie auf den Gehorsam gegenüber dich zu lenken. 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5 Und durch deine Gnade und mit deiner Hilfe will ich mich zu einer Liebe verpflichten, die geduldig und freundlich ist, die nicht stolz ist, die sich nicht ungehörig und unhöflich verhält, die das Unrecht, das ihr angetan wurde, nicht nachträgt und nichts Schlechtes denkt. 1. Korinther 13, 4 bis 8 Ja, und ich möchte mich auch dazu verpflichten, ja, meine Gedanken mit Dingen zu füllen, die wahrhaftig, die ehrbar, die gerecht, die rein, die liebenswert, die wohllautend oder lobenswert sind. Philipper 4, Vers 8 Herr Jesus, das ist meine Zusage an dich. Bitte hilf mir, sie durch deine Kraft zu erfüllen. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist natürlich die, wenn der Zorn aufkommt, für die entsprechende Person einfach zu beten. Und der Herr Jesus sagt ja selbst, segnet, in Lukas 6, Vers 28, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Und hätte ich das mal vielleicht getan, weil ich habe dann ungefähr ein Jahr später habe ich dann erfahren, dass dieser Heizungsbauer praktisch seinen Dienst eingestellt hat, weil er unter schweren Depressionen leidet. Das hat mir der nachfolgende Heizungsbauer gesagt, er erkannte ihn persönlich. Also, manchmal ist es halt auch so, wenn uns jemand so begegnet, dass da ganz Probleme dahinter stecken, von denen wir gar nichts wissen. Hätte ich das jetzt vorher gewusst, hätte ich ganz anders reagiert, auch innerlich in meinen Gedanken. Ein weiteres, Klatsch und Dratsch. Die beste Zeit, um das Klatsch-und-Dratsch-Problem anzugehen, ist jetzt nicht, nachdem wir zwei Stunden lang am Telefon gehangen haben und die Worte oder Taten einer dritten Person und alle Details seines Tuns oder Benehmens mit dem anderen geteilt zu haben. Nein, vielmehr ist die richtige Zeit, um diese spezielle Versuchung aus der Welt zu räumen, nämlich der Moment, wenn wir uns versucht, fühlen, den Mund zu öffnen. Wir können beten, vor allem, Herr, den Gott aller Gnade, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen, Psalm 141, Vers 3. Ja, wir müssen Gott um seine Hilfe bitten, damit kein schlechtes Wort aus unserem Mund kommt, sondern was gut ist zur Erbauung, damit es den Hörern Gnade bringt. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, solche Verse kommen einem nicht, wenn wir sie nicht zuvor, ja, möchte ich mal sagen, fast auswendig gelernt haben und einfach innehat, dass man sich dann auch dran erinnert. Darum, es lohnt sich wirklich, in der Bibel zu studieren und auch viele Verse auswendig zu lernen. Und darum, lasst uns darum mit diesem Problem von Klatsch und Lästerung in dem Moment aufräumen, in dem wir versucht sind, etwas zu sagen, was wir besser nicht sagen sollten. Lasst uns diese Sünde sofort töten, sofort ablögen und durch erbauliche Worte ersetzen. Wir können den Spieß einfach umdrehen. Wenn du was Schlechtes über die Person sagst, heb die guten Sachen hervor, denke an die guten Eigenschaften des Anderen und das ist damit gemeint durch erbauliche Worte, dass man das dadurch ersetzt und dann kommt man gar nicht erst auf diesen Gedanken über eine Person herzuziehen. Jetzt kommt Paulus aber an einen weiteren Punkt zu sprechen und dann lesen wir in Kolosser 3, Vers 9a, da heißt es, lügt einander nicht an und Paulus nennt das, du das jetzt nicht in diese fünf Punkte mit reinnimmst, sondern erwähnt es extra und das hat auch seinen Sinn. Salomo sagt in Sprüche 12, Vers 22, die Lippen der Lüge sind dem Herrn ein Gräuel, das sagt Salomo. Ja, Lügen, Lügen ist die Muttersprache des Teufels und Wahrheit ist die Sprache Gottes. Der Herr Jesus, der liebt die Wahrheit, weil er die Wahrheit ist. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Gott kann alles, aber eines kann er nicht, er kann nicht lügen. Titus 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens und jetzt, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen kann. Wisst ihr, was ich mir da gedacht habe? Das ist doch so befreiend und so ermutigend. Gott kann nicht lügen, weil er die Wahrheit ist. Er hat jetzt kein zweites Gesicht, wie wir es oft aufsetzen. Und darum sind doch seine Verheißungen, seine Zusagen absolut wahrhaftig und absolut vertrauenswürdig. Und das ist doch wunderbar. Und nicht vertrauenswürdig ist ja das gerade, was Gott über den Menschen zu sagen hat. Jeder Mensch ist ein Lügner. Jeder Mensch ist ein Lügner. Und das sagt nicht ich, das könnt ihr nachlesen in Römer 3, Vers 4. Da heißt es, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig und jetzt, jeder Mensch aber als Lügner. Die Schriftkänner werden jetzt natürlich sagen, ja klar, Römer 3 spricht ja zu den Menschen ohne Gott. Aber, der Kolosserbrief in unserem heutigen Vers, im Vers 9, da spricht er doch das nicht zu Ungläubigen, sondern zu Gläubigen, wenn er das sagt, lügt einander nicht an. Wenn er sagt, lügt einander nicht an, dann zieht er das ja in Betracht, dass wir einander anlügen, oder? Also haben wir doch auch das Problem mit Lüge. Und an vielen Stellen, da sind wir, oder ich möchte mal so sagen, wir sind in bester Gesellschaft, wenn man die Kandidaten in der Bibel anguckt, die sogenannten Glaubenszellen, an vielen Stellen, der Bibel betont doch, die Bibel die Tatsache, dass Lüge eine ganz weit verbreitete Praxis unter Menschen ist. Schauen wir Jakob an, der sein Erstgeburtsrecht ergaunert, oder erlogen hat. Schauen wir Abraham an, als er zum Beispiel zweimal seine Sarah als Schwester genannt hat und gelogen hat. Das gleiche Problem hatte übrigens Isaac ja auch, der hat glaube ich auch zweimal diesbezüglich gelogen. Oder schauen wir David an, wie er sich als Wahnsinnigen dargestellt hat, als Schizophrenen dargestellt hat. Alle haben doch letztendlich gelogen. Also kann doch niemand von uns jetzt hier sagen, Lüge, was ist das? Damit habe ich kein Problem. Aber ist das wirklich so? So frage ich, bist du manchmal unehrlich oder lügst du andere an? Oder wie hältst du es zum Beispiel mit Halbwahrheiten? Das Problem von uns allen ist doch, dass wir oft nicht die Wahrheit sagen. Man sagt halt die Halbwahrheiten und heuchelt letztendlich. Da sind wir vielleicht in einem Gebetskreis und du betest, Entschuldigung, Herr Jesus, bewahre doch die verfolgten Christen. Und zu Hause betest du vielleicht gar nie dafür. Dann betet man halt, weil die anderen es hören, aber das Problem ist doch, man belügt sich doch hier selbst. Indem ich etwas anderen, indem man jemand anderen etwas vortäusche, was ich selbst gar nicht so liebe. Oder man betet, Herr Jesus, ich liebe dich so sehr, aber zu Hause vielleicht, verbringst du vielleicht nicht eine Minute mit deinem Herrn, weil dir alle anderen Dinge eben halt wichtiger erscheinen. Man sagt halt die Wahrheit, wenn es gut passt. Und wir sind ja Weltmeister, ja Weltmeister darin, ein bisschen von der Wahrheit wegzulassen, nur weil wir vielleicht unangenehmen Fragen oder Reaktionen befürchten. Und man nennt das Halbwahrheiten. Und letztendlich sind es Lügen. Und das Gefährliche, und das Gefährliche in Halbwahrheiten ist, und so sagt ja mal jemand, dass einem immer die falsche Hälfte glaubhaft gemacht wird. Also, auch Lüge ist eine der Eigenschaften, die zu unserer alten Natur gehört. Und die sollte im Leben eines Gläubigen doch keinen Platz mehr haben. Täglich werden wir doch versucht, die Wahrheit zu verzerren. Und das kann zum Beispiel sein, jetzt stehen ja die Einkommenssteuererklärungen mit an, viele haben es vielleicht auch schon gemacht, dass wir auf dem Einkommenssteuerformular Informationen vielleicht vorenthalten, von welchen wir genau wissen, die müssen wir angeben. Was wirst du tun? Wie wirst du reagieren, auch wenn dich diese Angabe dann 300 Euro mehr Steuern kostet? Oder wie gehst du zum Beispiel bei einer Prüfung vor? Du weißt, einige verschaffen sich jetzt einen Vorteil, indem sie betrügen. Aber, wie wirst du dich entscheiden? Gibst du deine Fehler zu, die du machst, deinem Vorgesetzten zum Beispiel, oder versuchst du das Ganze abzuschwächen, abzuzwächen, indem du den Umständen oder den Kollegen die Mitschuld gibst? Was wirst du tun? Oder wir können ja auch Einzelheiten einer Geschichte oder eines Erlebnisses so übertreiben, indem wir diese künstlich noch dramatisieren, weil sich das Ganze dann noch viel spannender anhört und wir dadurch auch noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Seien wir uns aber eines bewusst. Vor Gott ist das alles Sünde. Und weil das so ist, sollen wir die Lüge lassen, sie bekämpfen, sie ablegen. Denn, wenn du die Lüge verwendest, dann muss dir eines im Klaren sein, du verwendest die Muttersprache des Teufels. Und das wollen wir doch alle nicht, oder? Und die beste Zeit, Lüge und Betrug auszumerzen, ist jetzt nicht, nachdem wir gelogen haben, sondern nämlich der Moment, wo wir versucht sind, die Unwahrheit zu sagen, sollen wir uns bewusst für die Wahrheit entscheiden. Wie das aussehen kann, zeigt folgende Geschichte. Da ist ein 20-jähriger junger Mann, der hat seine Ausbildung, also als Azubi, in einer Bank gedient. und er war zu dem Zeitpunkt Sekretär für den Herr Fischer, ich nenne ihn jetzt mal Herr Fischer, von einem Abteilungsleiter. Und Herr Fischer, der sagt zu seinem Sekretär, ich erwarte einen Anruf. Wenn Herr Müller anruft, sage ich, bin ich da. Darauf sagte der Sekretär, es tut mir leid, Herr Fischer, aber das kann ich nicht tun. Herr Fischer sagte daraufhin zu ihm, es geht nicht darum, dass du dies nicht tun kannst oder nicht, ich weise, dich hiermit an, es zu tun. Sage ihm, ich bin nicht da. Und daraufhin sagte der Sekretär, es tut mir leid, aber ich kann und werde es dich tun. Man kann sich vorstellen, dass der Herr Fischer natürlich ziemlich angefressen war, wenn ein Azubi, ein Untergebener ihm seine Anweisung verweigert. Und dann war es so, dass am Nachmittag der Sekretär noch mal zu seinem Chef gegangen und hat dann Folgendes zu ihm gesagt, Herr Fischer, eines dürfen Sie wissen, ich werde niemals für Sie liegen und ich werde Sie auch niemals belügen. Und da hat der Chef noch mal nachgedacht und das Ganze überschlafen und am nächsten Tag ist er zu seinem Sekretär gegangen und hat ihm gesagt, ich werde mich dafür einsetzen, dass du in diese Bank auf den obersten Sessel kommst, weil du wahrhaftig bist. Ein schönes Beispiel, vielleicht hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Und natürlich ist Wahrheit zu sagen, hat nicht immer so positive Auswirkungen wie die jetzt von dem Sekretär. Die können auch ganz anders aussehen und das wissen wir und trotzdem fordert uns Paulus auf, nicht zu lügen. Und jetzt kommt, er nennt hier auch einen ganz einfachen Grund und hiermit komme ich zu Punkt zwei. Warum der Christ das ablegen soll. Nämlich weil oder da ihr den alten Mensch ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Ja, Lüge passt gar nicht mehr zu einem neuen Menschen, zu dem neuen Menschen, weil wir diesen alten Menschen doch ausgezogen haben und den neuen angezogen haben. Ja, der alte Mensch, der alte Mensch ist doch das, was wir für unsere Bekehrung waren. Es ist jener Mensch, welcher sich mit seinen Empfindungen, mit seinen Handlungen, mit seinen Gesinnungen und durch das Fleisch leiten ließ, ehe er zum Glauben kam. Ja, der alte Mensch kannte Gott nicht ist, da er geistlich tot ist und fremd dem Leben Gottes. Also der Mensch letztendlich, der von Gott nichts wissen wollte. Und das Schöne ist, dass dieser alter Mensch wirklich nicht mehr besteht. Das finden wir an mehreren Stellen in der Bibel. Römer 6, Vers 6 heißt es, dass unser alter Mensch gekreuzigt ist. Epheser 4, Vers 22 heißt es, dass dieser alte Mensch, wir ihn abgelegt haben. Und heute in unserem Vers 9, dem ich jetzt gerade spreche, dass wir diesen alten Menschen ausgezogen haben. Also, der alte Mensch existiert nicht mehr. Ist das nicht erst mal eine befreiende Wahrheit? Wir haben diesen alten Menschen ausgezogen bei unserer Bekehrung und in dem Moment auch den neuen angezogen. Da war jetzt nicht irgendwo ein Zeitraum dazwischen drin. Das geschah nämlich genau in diesem Moment. Und der neue Mensch ist der Mensch in Christus. Und jetzt darfst du, jetzt darfst du erst durch Gottes übernatürliches eingreifen überhaupt an Christus glauben. Vorher warst du gar nicht in der Lage dazu. Jesus hat jetzt die Strafe für deine Schuld, welche du verdient hast, an deiner und an meiner Stadt getragen. Aber nicht nur das. Jetzt sind wir auch reingewaschen und sind jetzt in Gottes Augen so, als hätten wir niemals gesündigt. Ist das nicht großartig? Ja, ein Herrschaftswechsel wurde vollzogen. Vorher haben wir den Willen des Fleisches und der Gedanken getan. Und dennoch ist es doch jetzt so. Galater 5, 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, in dem neuen Menschen wohnt der Geist des Herrn Jesus und der Geist und das Fleisch stehen ständig miteinander im Konflikt. Ich habe mich schon gefragt, hätte Gott nicht dem Gläubigen auch diese Fleischesnatur zu der Bekehrung nehmen können? Doch, es gefiel Gott nicht. Es gefiel Gott nicht. Er wollte es nicht tun. Und warum? Er wollte die Gläubigen ständig an ihre Schwachheit erinnern. Sie sollten immer von Christus unserem Fürsprecher abhängig sein. Und in diese Abhängigkeit, da können wir Gott nur danken. Gott danken, der solche unwürdigen Würmer wie uns gerettet hat. Ja, dieses Fleisch, diese alte Natur, die ist immer noch existent. Sie begehrt gegen den Geist, so heißt es. Aber wir müssen nicht mehr nach dem Willen des Fleisches leben, sondern wir dürfen jetzt im Glauben an den Sohn Gottes leben, der alles für uns hingegeben hat. Und ich weiß, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das hört sich schwierig an. Und ich kann nur sagen, auch der Apostel Paulus hat sich damit schwer getan, das in Wörter zu fassen. Schaut doch mal, Galater 2, Vers 20, was dort steht. Da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Gottes Geist und unser Fleisch führen einen ständigen Kampf und dieser Kampf wird so lange andauern, bis wir bei ihm mal sein werden. Und jetzt reiben wir uns noch in diesem Kampf auf, täglich mit all diesen genannten Sünden haben wir zu kämpfen. Aber das Wunderbare ist doch, dass dieser neue Mensch und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, wozu der Christus ablegen soll, nämlich, dass dieser Mensch erneuert wird zu Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. In 2. Korinther 4, Vers 16 heißt es dazu, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und wird von dem äußeren Menschen gesprochen, dann heißt es, dass er verfällt und zugrunde geht. Und das sehen wir alle, wenn wir älter werden, da kriegen wir Falten, da kriegen wir graue irgendwann werden wir alle einmal, und da kann ich euch versichern, zu Staub verfallen. Aber von dem inneren Menschen heißt es, dass er Tag für Tag erneuert wird. Und hier haben wir doch eine wunderbare Verheißung, wir können ihn nicht erneuern. Er wird durch Gottes Wirken an uns erneuert. Und der innere Mensch, der ist nichts anderes als der neue Mensch, von dem ja jetzt hier auch geredet wird, dass er erneuert wird. Und das Wort, das hier im Griechischen für neu gebraucht wird, bedeutet noch nicht dagewesen und neu nicht dem Wesen nach, sondern absolut neu, unbekannt. Ja, wir haben neues Leben, das vorher nicht existierte. Und im Epheserbrief, das ist ja der Brief, welcher zur gleichen Zeit Paulus in der Gefangenschaft, in seiner zweiten Gefangenschaft, glaube ich, war es, geschrieben hat. Und da sehen wir überhaupt Epheser und Kolosserbrief, die ergänzen sich so wunderbar. Da sieht man einfach, Paulus hat die so gleichen Zeit geschrieben und Gedanken, die gleichen Gedanken sind da einfach miteinander verflochten. Im Epheser 4, Vers 22 heißt es, bis 24, das ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte und dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den Neuen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, Gott hat etwas Neues geschaffen und wir sind seine neuen Geschöpfe und Gottes Ziel ist es doch, dass dieser neue Mensch immer mehr wächst und dem Herrn Jesus Christus ähnlicher wird. Und den Neuen angezogen habt bedeutet, also ihn immer angezogen habt bedeutet, das ist ein immer fortlaufender Prozess, welcher unser ganzes Leben auf dieser Erde andauern wird und erst abgeschlossen ist, und das hatte ich vorher schon mal erwähnt, bis, wenn wir mal bei ihm sein werden. Und darum sollten wir uns auch niemals mit unserem gegenwärtigen geistlichen Zustand zufrieden geben, denn Stillstand heißt Rückschritt. Ja, wir sollten vielmehr danach ringen, danach ringen, ihn immer besser kennenzulernen, ihn immer ähnlicher zu werden. Ja, er ist doch unser Vorbild. Ihm haben wir doch letztendlich alles zu verdanken, dass wir jetzt an ihn glauben dürfen, dass wir gerettet sein und in diesem neuen Menschen, welchen wir angezogen haben, da gibt es keinen Unterschied mehr, heißt es. Kolosser 3, Vers 11, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skite, freier Knecht, sondern alles und in allen Christus. Ja, in der Welt, da werden noch diese Einteilungen gemacht und das ändert sich auch nicht, solange wir jetzt hier noch auf dieser Erde leben, aber in diesem neuen Menschen, welcher Gott geschaffen hat, da ist es wirklich egal, ob du jetzt Nicht-Jude oder Jude bist, ob du jetzt evangelisch oder katholisch bist, ob du jetzt beschnitten bist oder unbeschnitten bist, ob du jetzt ein Ureinwohner aus dem Amazonas bist oder ein Europäer bist, ob du jetzt beim Daimler eine Führungskraft innehast oder nur ein einfacher Arbeiter am Band, ob du weiß oder schwarz bist, ob du groß oder klein bist, ob du alt oder jung bist, ob reich oder arm, ob sehr intelligent oder vielleicht auch weniger intelligent, das ist völlig egal. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch freier, da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christus. So heißt es in Galater 3 Vers 28. Trotz aller menschlichen Unterschiede ist es doch aber so, wenn wir anderen Christen, sei es jetzt national oder international begegnen, so ist doch da immer irgendwo, ihr habt es doch selber alle schon erlebt, eine gemeinsame Basis da und es liegt daran, weil Christus auch in dem anderen wohnt, Christus wohnt in uns und weil wir alle diesen gleichen Herrn haben, alle diesen gleichen Herrn haben und diese Position haben wir uns nicht erarbeiten können, nein, sondern wir haben dieses Geschenk der Gnade, das neue Leben in Christus alle empfangen, ausnahmelos, da kann niemand von sich sagen, ich habe mir das erarbeitet und dieses neue Leben, das ist jetzt zwar noch verborgen, was man oft gar nicht so richtig sieht, so heißt es in Kolosser 3, die Verse 3 bis 4 und das haben wir in der letzten Predigt gehört, da heißt es, ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen und wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm zusammen offenbar werden in Herrlichkeit. Darum lasst mich noch zusammen fassen, lasst uns daher diesen alten Sprit, ja diese sündigen Dinge ablegen, die täglich noch auf uns eindringen und mit den neuen Menschen, welche trotz unserer Schwachheiten immer wieder erneuert wird, diese Zusage haben wir und auf das Ziel zusteuern, wo Christus alles und in allem ist. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten oder erst mal mit uns beten. Herr Jesus, du hast uns jetzt ja wirklich Dinge genannt, mit denen wir zu kämpfen haben, vielleicht oft, Herr Jesus. Und wir wollen einfach dich jetzt bitten, Herr Jesus, dass du diese Dinge in unseren Herzen bewegst, dass du unsere Herzen auf dich ausrichtest, Herr Jesus, dass wir an dir festhalten, dass wir uns nicht entmutigen lassen, wenn wir auch fallen, immer hin und wieder fallen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir einfach Vergebung in dir haben, dass wir diese Dinge immer wieder neu vor dir bekennen dürfen und dann wissen dürfen, dass du reinmachst von Aller schuld und von aller Sünde und so möchten wir dich jetzt einfach bitten, dass du auch mit jedem Einzelnen auch in die kommende Woche gehst und wir möchten dir jetzt einfach nochmal Danke sagen. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied 439 340 340 340 440 440 440 540